Na, Leute, mich hier ist wieder Othala und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guard präsentieren. Heute geht es nämlich um ein Toy, das wir aus einer Paragon-Kiste bekommen, hier aus dem Battle for Azeroth. Und zwar aus der Paragon-Kiste vom Glut-Orden. Und zwar haben wir da ein T-Service, ein verzaubertes, und das gucken wir uns jetzt gleich mal an. Können das nämlich hier aufstellen. Und dort können wir dann, ja, draufklicken, kriegen hier einen Buff und das können wir anscheinend auch mit ein paar Freunden zusammen machen. Das ist eigentlich auch schon alles, was das Toy kann, quasi wenn ihr eure eigene kleine T-Party schmeißen wollt, dann solltet ihr euch das Toy hier holen. Gut, wo bekommt man es genau raus? Wie gesagt, aus der Paragon-Kiste vom Glut-Orden. Ich habe hier noch ein paar andere rumflacken vom Glut-Orden jetzt an sich. Direkt keine, aber es funktioniert eigentlich. Bei allen Fraktionen in BFA gleich. Ihr müsst erstmal euren Fraktionen, in dem Fall den Glut-Orden, auf die ehrfürchtige Stufe spielen. Und dann könnt ihr 10.000 weiteren Ruf farmen. Und wenn ihr das getan habt, kriegt ihr eine Kiste. Das könnt ihr immer und immer wieder holen, denn das Ding hat keine hundertprozentige Chance. Also es ist relativ hoch. Ich glaube, nach der zweiten oder dritten Kiste hatte ich es drin. Aber man muss trotzdem ein paar farmen, um dementsprechend dann das Lack zu haben und das Toy zu bekommen. Ich kann euch empfehlen, macht am besten immer die Emissary-Bag mit. Das ist quasi hier diese Kiste, wo man dann 1500 Ruf kriegt. In dem Fall natürlich für die Sachen in Drust war, wo wir dann auch für den Glut-Orden den Ruf bekommen. Mehr ist es eigentlich nicht. Sobald ich das nächste Toy aus einer Emissary-Bag habe, zeige ich es euch. Gibt natürlich auch bei der Horden-Seite ein paar Toys sogar. Ein bisschen mehr als bei der Allianz. Da muss ich mal gucken, ob ich auch demnächst mal noch Lack habe. Dann zeige ich euch die Reste hin. Gut, das war es mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tjala. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.